Der neue Multispeedmaster-Arbeitsplatz. Die Erweiterung für Ihre Lackierkapazitäten oder der professionelle Einstieg in das Smart Repair-Geschäft. Smart Repair ist ein hocheffizientes Arbeitsverfahren für die kostengünstige Instandsetzung von Kleinschäden wie zum Beispiel Schrammen oder tiefere Kratzer in der Karosserie. Vergessen Sie aufwändige Teillackierungen in einer Lackierkabine, das zeitintensive Rangieren zwischen den Arbeitsplätzen oder gar den teuren Austausch von Teilen. Wir haben die optimale Lösung. Seit über 30 Jahren gehört Sehon zu den führenden Unternehmen innovativer, energie- und prozessoptimierter Lackieranlagen jeglicher Größe und Anwendung. Neue Märkte erfordern neue und wirtschaftliche Technologien. Für einen sofortigen und professionellen Einstieg hat Sehon den Spot Repair-Arbeitsplatz Multispeedmaster entwickelt. Beim Smart Repair werden die Schäden direkt am Fahrzeug repariert. Diese punktgenaue Reparatur- und Lackiermethode bezeichnet man als Spot Repair. In Kombination mit dem Multispeedmaster sparen Sie bis zu 80 Prozent der sonst üblichen Kosten. In rund einer Stunde können Sie sämtliche Arbeiten an einem Platz erledigen. Der Multispeedmaster kann problemlos in einem bereits vorhandenen Arbeitsplatz innerhalb der Werkstatt auf- oder nachgerüstet werden. Unterflurbaumaßnahmen sind nicht notwendig. Der Platzbedarf für die Anlage beträgt 7 x 5 Meter. Sämtliche Prozesse, von der Vorbereitung über das Lackieren zum Trocknungsprozess bis hin zum Finish, finden an einem Arbeitsplatz statt. Ein antistatisches Klarsichtvorhangsystem garantiert eine saubere Abtrennung zur restlichen Werkstatt. Alle Komponenten des Multispeedmaster sind beweglich und können an jeder Stelle des Autos punktuell eingesetzt werden. Ein geringer Zu- und Abluftbedarf garantiert minimale Energie- und Folgekosten. Dabei wird für die Zulufthaube die überschüssige Hallenrestwärme für die optimale Lackiertemperatur genutzt. Eine schnelle Trocknung wird durch ein Infrarot- oder UV-Verfahren realisiert. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein umfangreiches Zubehör-Sortiment an. Je nach Bedarf und Geschäftsentwicklung Ihres Spot Repair-Geschäfts können Sie Ihren Multispeedmaster-Arbeitsplatz problemlos upgraden und um weitere Arbeitsplätze nach und nach modular ergänzen. Wir liefern Ihnen nicht nur einen perfekten Spot Repair-Arbeitsplatz, sondern auch das dafür notwendige Know-how in Form von qualifizierten Schulungen zum zertifizierten Spot Repair-Techniker. Zum Schulungsprogramm gehören auch Pakete für die Kundendienstberater in der Dialogannahme. Wir bieten Ihnen ein Geschäftsmodell, was sich für den Investor in kürzester Zeit rechnet. Haben wir Sie neugierig gemacht? Planen Sie ein professionelles Spot Repair-Business? Wir beraten Sie gerne von der Planung bis zur Finanzierung mit kompetenten Fachberatern und einem geschulten Serviceteam. Der Multispeedmaster.